Alle IP-Gamer, ich bin Marcel, wir machen am Spiderman-Monts vor allen Seiten, los geht's! Ein Fechtchen hier, ich schaue, ich habe ein bisschen Hunger und traue mich an, gehen wir etwas kaufen? Oder auch nicht? Ich glaube, ich kann es cool ausziehen. Schade, ich kann ihn nicht essen. Was hältst du eigentlich von Rio Morales? Es ist schon komisch, meine Mom als Politiker, ich kenne sie ja nur als Lehrerin. Das ist ziemlich ähnlich, oder? Schauen wir hier, ich kenne dich ja heute Weihnachtsmerit. Wahrscheinlich, bei uns zwar kenne ich Weihnachtsbaum bis jetzt. Das ist mir Rettel. Das ist meine Freundin Steph. Sie ist eine neue Freiwillige bei Feast. Schön, dich kennenzulernen. Wir treffen uns dann bestimmt irgendwann im Asyl. Apropos. Keine Schichten bis nach den Ferien. Falls wir den Offen haben. Was meinst du? Ach, mach dir keine Sorgen. Hör deiner Mom gut zu. Wir sehen uns nach den Ferien. Netter Junge. Willst du zu dieser Kundgebung? Klar. Rios Rede wird dich auf andere Gedanken bringen. Da nicht zu lange reden. Zu den nächsten. Ich sehe zwar das Red Racing nicht so gut wie jetzt. Ein klein vielleicht. Ein Rätsel, ich werde es holen. Du kannst nicht. Schade. Du musst gut zuschauen. Viel Glück, Miss Morales. Danke, Tim. Ah, Roxson hat's glücklich mit immer wachsam bleiben, hm? Oh, ja. Buenas noches, Vecinos. Wisst ihr noch, wie es war, bevor... ...Roxson hier alles platt gemacht hat? Hey, bist du okay? Ja, es ist nur... ...bei so einer Rede ist nicht nett. ...Heimat der besten Eiscreme in ganzen New York City. Und Juniperos Kita... Das ist okay, Mann. Deine Mom hat Leute, die auf sie aufpassen. Die Kirche St. Teresa, deren Rohr... ...jeden Sonntag und Mittwoch den ganzen Block... Du bist jetzt Spider-Pöse. Stay! Und selbst jetzt... ...Roxson transportiert Newform ihren experimentellen Treibstoff durch die Stadt... ...und schweigt über die Risiken. Diese Botschaft ist für Roxson. Der, für den ihr arbeitet, Simon Krieger, ist ein Mörder. Diese Plaza ist ein Denkmal seiner Skrupellosigkeit. Sie wird nicht eröffnet. Der Underground sorgt dafür. Sie brauchen dich. Ich helfe deiner Mom. Sie brauchen dich. Ich helfe deiner Mom. ...hau plötzlich mit Otrakge. Ah We're going down here I'm sorry There's no chance Coz He's got a gun I can't do this But then as soon as I will No, no I'm going down here I'm going down here I'm going down here Siegt? Ja, jetzt aber noch. Jetzt hält es mir da. Ich werde euch aufhalten, wie in der U-Bahn. Meins, wir sind zu Hause. Nadja fährt eine Morgen ins Krankenhaus. Was? Geht's dir gut? Er hat sich am Anfall. Keine Sorgen, ich bin immer nur zu mir. Ach, nicht. Was ist mit dir? Was macht der Untergrund? Sie sagen, es ergibt keinen Sinn. Ich sagte, sie wollen nur vom, aber hier ist doch kein. Ich muss herausfinden, was Tinkerer plant. Okay. Ich greife auf deine Analyse, David. Ich helde hier, wo ich kann. Ach, geiss, das hat sie doch gar nicht. Aus die Spiegel kann nicht genutzt. Oh, die sind von vorne. Nein, nein, nein. Oh, jetzt bin ich nicht gewohnt. Was ist denn, hä? Wie das da locker geht. Nein, die Taktstufe. Es geht hier nicht am Tisch. Nein, nein. Die Taktestufe. Hier! Halt! Halt deine Takt. Wir sollten sie auch ... Nein! Der Trafverdacht. Hänge, richtig verhängen da, Ackeris. Fangen! Hier geht der Venom-Sprach in die Richtung, dann kann ich hier draufdrücken und draufdrücken, der agiert gar nicht. Ah, ich habe noch eine UFO-Basexp. Wow! Vielleicht noch mal. Ich werde euch aufhalten, wie in der U-Bahn. Oh, soll ich nicht hin? Wir sind zu Hause. Natia fährt deine Mom ins Krankenhaus. Was? Geht's dir gut? Sie hat sich am Arm verletzt. Keine Sorge, wir kümmern uns um sie. Was ist mit dir? Was macht der Underground? Dieser Angriff ergibt keinen Sinn. Ich dachte, sie wollen nur vor uns, aber hier ist noch keins. Ich muss herausfinden, was Tinkerer plant. Okay, ich weiß noch keine Analyse dazu. Ich helfe dir, wo ich kann. Gute Idee! Und Genki? Danke wegen meiner Mom. Jeder Zeitmann. Okay, wir sind dort. Eure Leuchtwaffen werden euch nichts benötigt. Chad! Ich bin ein Kmerl. Ich bin ein Schmerl. Auf Wiedersehen. Und dann bleiben Sie den Tingen zu töten. Ja. Weg 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 weg! Nein. Ich bin gerade da wohnt hin und dich halt in dem Start, wo mich noch auslösen kann. Es geht richtig auf dich, Spider-Man! Ausgewicht. Öh! 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 Oh, du wirst nicht mehr sein. Da, ich hab mich da oben. Da, 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 da. Du, Miles, wir sind zu Hause. Nadia fährt deine Mom ins Krankenhaus. Was? Geht's dir gut? Du kannst dich am Arm verletzen. Keine Sorge, wir kümmern uns um sie. Was ist mit dir? Was macht der Underground? Dieser Angriff ergibt keinen Sinn. Ich dachte, sie wollen Nuform, aber hier ist noch keins. Ich muss herausfinden, was Tinkerer plant. Okay. Ich greif noch deine Analyse dazu. Ich hält dir, wo ich kann. Gute Idee! Und Genki? Danke wegen meiner Mom. Zeit, Mann. Ist das? Eure Leuchtwaffen werden euch nichts nutzen! Und... Nichts mehr. Ah, Kom! Eure Leuchtwaffen! Eure Leuchtwaffen werden euch nicht ansteigt. Eure Leuchtwaffen werden euch nicht städt. Ich schalte. Entschuldigung. Und hier ist es. Nee. Hoppala. Okay, thanks. Wir sind alle okay. Du bleibst in Sicherheit. Verstanden? Ich bin bald wieder da. Dann unterschreibst du auf meinem Gips. Okay, Ma. Loswermus entkasse. Hab dich lieben. Biles, die Kundgebung war in den Nachrichten. Seid ihr okay? Wo seid ihr? Ich will zu Braithwaite Bridge. Es gab eine Explosion. Okay. Aber wenn Boxstone auftaucht, verschwindest du. Klar. Wir werden einen Zip-Bock für das alles suchen. Tinkerer, das geht nicht rein. Yay. Okay. Ich passe schon auf. Das ist ja cool gemacht. Hier kannst du auch Stunt machen. Mit dem Quadrat. Mit dem Rauchen. Oder den Hingern drücken. So coole Move zu machen. Wir haben es gemacht, wirklich. Der Laser aber wohl nur zum Aufwärmen. Oder zur Ablenkung. Los, los, los! Los, los! Oh! Ja, schiessen wir uns nicht. Okay? Okay. Wir wollen das Nuform. Ignoriert alles andere. Werdet ihn los! Dann nehmt mit, wie ihr fragen könnt! Oh! Werdet ihn los! Dann nehmt mit, so viel ihr tragen könnt! Oh! 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 Er hat eine Freundin von den Kollegen von Melsen gemacht. Er destabilisiert es! Runter! Er hat den Track hochgegangen! Miles, ich habe die Explosion gesehen. Geht es dir gut? Mir geht's gut, aber... Hast du es gesehen? Tinker, das ist Finn! Oh mein Gott! Ich habe sie heute getroffen! Hör auf, ob es mal nachgedacht hätte! Das ist nicht deine Schuld, Mann! Ich war so froh, sich zu sehen, dass ich unaufmerksam war! Ich muss sowas merken! Ein ganz cooler Move! Ja, Fake verhinkt es doch! Wie? Wie?! Ja! Wurde! Ihr... Hier ruckisch wird sein! Ich muss dich verhindern! Oh! Die Explosion war deine Schuld! Das war nicht der Fall! Wer will dir was für heute? Woh! 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 Jetzt wird ein bisschen wild gekampft. Die Brille wird gestassen. Hat er eingemützt, in die Kampfweiss von Beth? Die Leute sitzen in der Fall! Ich muss sie fertig werden und den Leuten helfen! Ah, oh mein Gott, das ist es. Wow. Was ist das Bluff? Was ist das Bluff? Ui! Oh! Okay! Wurde schnell gehen! Ich flage, meine ist gefurte. Das ist weg! Ich schaue aber, woher er bei er hat. Ich habe die Explosion gesehen. Sieht es dir gut? Mir geht es gut, aber... Hast du es gesehen? Ticara, das ist Finn! Oh mein Gott! Ich habe sie heute getroffen! Wenn ich nur die Leute verhalte! Das ist nicht deine Schuld, Mann! Ich war so froh, sie zu sehen, dass... Fraterik, Vaterbrück! Ich muss sowas merken! Ich habe ihn! Ich habe sie mit dir! Ja. Fake? Fake Ich habe trotzdem auch getroffen, der Abkastratzmühre, ein super Angriff. Bald schauen wir uns wie ein Tierchen. Ich kann ihn nicht erreichen. So weiss. Aber gar nicht weg. So, jetzt habe ich einfach alle. Buh, die enemy ist auch da hier Hey, ich glaube nicht, das ist nicht Nein, 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 nein! Das ist blumreiche Szene. Ah, wir müssen hierbleiben. Der Bus! Du? Der Bus? Ah, du? Der Bus? Der Bus? Alle aussteigen! Alle raus hier! Könnte Sorge, ich hab sie! Nein! Nein! Die Enderchen mit dem Miles irgendwie, die wir jetzt gerettet haben. Ganz gut gemacht. Klipp, Klipp, Klipp! Okay, okay, okay! Ich brauch etwas, das sie rüberbringt! Nein, 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 nein! Ich schaff das! Nein, 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 nein! Ich schaff das! Das ist etwas ähnliches im Original-Film, im Erschensschau von Spider-Man. Da war der Zug, als er gebremst hat. Hier wahrscheinlich eine Szene. Auf dem Anzug, als er dann dort frei anreisst. Ah! Ah! Papi sachsen! Schwere zerstört! Das war ich. Meine Kräfte. Ich hab das gesprengt. Alle in Sicherheit! Nach der Explosion fing die Brücke an... Sieh den anderen Spider-Man. Erbitte Anweisungen. Was ist los? Ich hab keine Ahnung. Verstanden. Nein! Ich bin nicht euer Feind! Was macht ihr denn? Er hat uns gerettet! Hey, lass sie in Ruhe! Ich nehme das auf! Wir sagen... Sieh fängt mit dem Handy! Sofort! Ich sagte Handy weg! Sofort! Hey, lass sie in Ruhe! Verschwinde! Das ist die letzte Warnung! Ich hab geholfen! Was zum Teufel! Wo ist der hin? Ich hab ihn nicht im Ente genommen! Und ich hab ihn nicht im Ente genommen! Haben die ihn geschützt? Ja, wo ist der der Sinn? Wir wollten nicht mal zuhören! Bist du okay? Ich weiß nicht. Heute bei mir ist Simon Krieger. Wir sprechen über die Zerstörung der Braceway Bridge. Hey, ich will den neuen Spider-Man unterstützen, aber seine... Wie nennt man das? Bio-Elektrizität hat Roxxon-Eigentum zerstört. Und darüber hinaus unsere Brücke. Das stimmt doch nicht. So war das gar nicht. Finn ist Tinkerer. Sie hat das Nuform gestohlen. Ich weiß nicht wieso. Und ich hab die Brücke gesprengt. Nein, du hast... Ich gehe jetzt zur Wahlkampfzentrale. Aber... Soll ich euch irgendwas mitbringen? Wie wär's mit... Dulce de Coco? Das ist Sprachwase. Ich dachte, du würdest aufhören. Warum sollte ich? Ich kämpfe für mein Zuhause. Ich mein's ernst. Du könntest... Du könntest... Du könntest tot sein. Unsere Familie gibt nicht auf. Das weißt du. Mom! Dulce de Coco wäre toll. Wenn's kein Problem ist. Ich dachte, ich... ... könnte mit meinen Kräften alles wieder gut machen. All das tun, was Spider-Man tut. Immer wenn du Spider-Man sagst, meinst du damit den anderen? Du bist Spider-Man. Du richtest das. Auf deine Art. Das ist ja. Es hat auch ein neues Design gemacht für einen neuen Anzug. Experimentiert. Das funktioniert noch nicht. Ich denke, es ist auch ein neuer zweiter Mann anzugreifen, was ich mache. Ich hätte wohl etwas aus, muss ich sagen. Heute ist der Style noch, schön blau-rot. Neuer Style und so, schön. Er hat auch ein paar Fähigkeiten, wie ich fand, was er alles kann. Hey Mann, die Lage verschärft sich zunehmend, was? Die Leute brauchen unsere Hilfe jetzt mehr denn je, glaube ich. Wir brauchen kürzeren. Die guten Apps sind nur ein Wort lang. Miles, endlich erreiche ich dich. Oh, hey Pete, wie läuft's? Ich hab Nachrichten geguckt. Auf Sukarianisch. Entweder ist eine Brücke explodiert oder ein Bagel verräuchert. Was im Kontext keinen Sinn ergibt. Auf jeden Fall suche ich nach Flügen. Ich kann morgen Abend zurück sein. Nein, tu das nicht. Schon okay. Ich weiss, wer die Verantwortung trägt. Ich werde sie aufhalten. Versprochen. Okay, ich vertraue dir. Aber wenn du mich brauchst, fliege ich sofort nach Hause. Ansonsten sehen wir uns in ein paar Wochen bei meiner Rückkehr. Ja, okay. Danke. Viel Spass. Schau, wie das aktuelle Verbrechen gerade ist. Du bist um Karianisch lernen. Warum gibt es sieben verschiedene Wörter für Klo? Haha. Wollt ihr, ob wir da jetzt etwas anziehen können? Ob wir da jetzt auch noch etwas können? Neuen Anzug, ob wir da noch einen Platz freigeschalten. So, schauen wir. Also, jetzt neue Anzug, was es gibt. Und dann wählen. Das war doch jetzt vorher. Ja, das war so ein Mistig. Und dann hat mich auch da ausgerüstet. Jetzt sieht zwar alles schlecht aus. Ah, den hat man ausgerüstet. Sorry, falsch. Kann man zwar auch. Ich kann mal herstellen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob der ist vielleicht auch stylischer. So, ob wir da noch etwas Neues können. Jetzt bin ich natürlich. Jetzt haben wir den Anzug gekauft. Jetzt bin ich mit der schadverursacht. Mal schauen. Ja. Ich muss jetzt das Verbrechen nicht. Was ich angezeigt habe. Da ist der Gustav. Das ist ein Kombo. Schau mal, ob wir da irgendetwas haben. Wir haben eine schnelle Reise. Das ist eine Aktivität, die wir machen können. Die noch schwingen. Ah, das ist auch tot. Brechen! Töt. Ah, wenn ich einmal anrufe. Warum sie das alles tut. Okay Mann, mach was du für richtig hältst. Halt mich auf dem Laufenden. Also ist die Aktivität verschwunden. Okay. Äh. Das ist wieder da. Ich weiß aber noch nicht, was ich genau muss. Ob die ist. Ich denke schon. Ich denke schon. Ich denke schon alles darüber. Wow. Das ist ein Einbruch. 100 Pro. Wäre doch besser, wenn du dich beeilen würdest. Du bist mein Punkt nicht. Das ist meine Wette. Es hat sich so geführt, die Leiseiten abzulenken. Ja. 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 Ich habe noch viele Attacks gesessen, die ich hier reinkomme, in elektrisches Lager bekommen. Ah, da ist noch einer! Ich glaube, da ist noch eine andere Aktivität. Ich habe noch einen Fertigkeitspunkt. 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 Aber ich habe noch einen Fertigkeitspunkt. Hallo? Ach, hier raus ist jetzt der Basen, ne? So, und tschüss. Der VTL kann schon nicht länger warten. Oder TN ist es. So, ob ich auf das Bote kann. Hier sah es mal schlimm aus. Gut, dass sie hier aufgeräumt haben. Ich gehe in Ruhe. Achtung, ein Überfall auf eine Spendenbox. Ich denke, wir machen noch etwa 11. Dreckig. Lieber an der Spendenbox! Aber nicht mit mir! Deine Meinung interessiert mich nicht. Überraschung! Spiderman! Lasst alles liegen! Oh! Hey! Das ist dein Ende, Spiderman! Das ist dein Ende, Spiderman! Hei! Ich werde dich holen. Hey! Acht dich! Acht dich! Acht dich! Acht dich! Jetzt gibt es Drescher, Kleiner! Ich habe ein bisschen Angriffen gehabt, oder? Spiderman 1, Räuber 0 Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat mir noch liken, was es gefallen hat. Oder lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.